Schon während meiner Oberschulzeit wurde ich immer wieder mal gefragt, ob ich denn nicht Priester werden möchte. Ich habe gesagt, nein, das ist das Letzte. So kam es dann, dass ich also Matura gemacht habe, 1982. Und dann war die Frage, was mache ich, wie geht es jetzt weiter? Und ich hatte keine klaren Vorstellungen und habe mich dann zwei ehemaligen Matura-Kollegen angeschlossen, die gesagt haben, sie gehen nach Mailand, um Rechtswissenschaften zu studieren. Gut, bin ich auch nach Mailand und habe angefangen, Rechtswissenschaften zu studieren. Bin aber bald drauf gekommen, dass ich auf das falsche Pferd gesetzt hatte. Ich bin dann wirklich in so eine Krise gekommen, wusste einfach nicht mehr, was ich machen soll, wie es weitergehen soll, worin ich den Sinn meines Lebens sehe. Und mit einem der beiden Kollegen habe ich mich gut verstanden und wir haben oft über den Sinn unseres Lebens gesprochen. Und da wurde mir immer deutlicher, ich möchte irgendwas mit Menschen machen, mit Menschen zu tun haben. Gut, ich meine, das könnte man dann mit Rechtswissenschaften ja auch, wenn man Advokat wird oder so. Und was mir auch klar wurde, wenn ich Advokat werde, dann muss ich auch manchmal die Unwahrheit sagen. Und das widerstrebte mir irgendwie. Ich habe dann das Studium der Rechtswissenschaften in Mailand von einem Tag auf den anderen abgebrochen und habe dann meinen Vater angerufen, oder der war am Telefon und hat gesagt, ich komme morgen nach Hause. Und er meinte dann, ja, ja, das ist deine Sache. Wenn du erkennst, dass es nicht das deine ist, dann komm nach Hause. Und dann bin ich am nächsten Tag dann nach Hause gefahren. Ich hatte damals einen guten Bezug zu meinem Heimatpfarrer. Der hat mich dann mal eingeladen und wir hatten dann ein Gespräch und der fragte mich, ja, was stellst du dir jetzt weiter vor? Und dann sagte ich ihm, ich könne mir vorstellen, Psychologie zu studieren oder Soziologie. Und dann meinte er auch Theologie. Dann sagte ich, ja, als Laientheologe, aber sicher nicht auf Priester hin. Genau, und dann ergab sich die Möglichkeit, im bischöpflichen Gymnasium Vincentinum in Brixen als Erzieher zu arbeiten. Ich bin da hingefahren, habe mich beim Regenz vorgestellt und der hat dann am Ende des Gesprächs gesagt, ja, ich stelle dich ein als Erzieher und in Brixen gab es oder gibt es ja immer noch eine philosophisch-theologische Hochschule. Und neben meinem Job als Erzieher, ab der Mittagszeit, ab dem Mittagessen war ich ja dann Erzieher und am Vormittag habe ich Vorlesungen besucht und gemerkt, dass mir das Freude macht. Ich habe Interesse daran entwickelt, ja. Und so bin ich da langsam, langsam reingekommen. Habe dann auch Exorzitien gemacht mit den Seminaristen, also mit denjenigen, die schon im Priso-Seminar waren. Und mir dann überlegt, ja, jetzt mal ins Priso-Seminar zu gehen, nicht wissend, ob ich dann Priester werde oder nicht. Genau, und dann im zweiten Jahr war ich dann im Priso-Seminar. Das dritte Jahr dann wieder raus, nach Würzburg, Freijahre in Würzburg. Und in Würzburg habe ich dann das erste Mal Jesuiten kennengelernt. Denn der damalige Studentenseelsorger in Würzburg, Bernd Knüffer, den habe ich gefragt um geistliche Begleitung. Und bei dem habe ich einfach eine ganz andere Art und Weise der Begleitung kennengelernt, als ich sie vorher vom Priso-Seminar, vom spiritualen Priso-Seminar her kannte. Nicht direktiv, freilassend. Und oft bin ich hingekommen und habe gesagt, was soll ich machen? Und dann sagte er, das musst du wissen, du musst drauf kommen, was für dich passt. Das war im ersten Moment zwar schwierig, mühsam, aber dann im Nachhinein, muss ich sagen, so konnte ich dann meinen Weg finden. Ich geriet dann in eine ziemliche Krise, Berufungskrise, wusste dann nicht mehr, ob ich Theologie weiter machen soll oder wenn ja, ob ich dann den Weg weiterhin zum Priesterberuf gehe oder nicht. Und dann habe ich beim Bernd Exorzitien gemacht. Ich hatte vorher schon beim Bernd regelmäßig auch Zen gemacht. Der hatte Zen angeboten, damals in der Studentengemeinde in Würzburg. Und diese Exorzitien waren dann auch im Zen-Stil. Wir saßen da jeden Tag vier Stunden vor einer weißen Wand. Und es tat sich nichts, es kam keine Erleuchtung. Und dann, ich glaube, es war der vorletzte Tag, da hat mich plötzlich das Evangelium vom Schatz im Acker total, total angesprochen. Da geht es also um einen Menschen, der findet im Acker einen Schatz. Und da geht er hin und verkauft alles, um diesen Acker zu erwerben. Und das heißt, in seiner Freude verkaufte er alles. Also nicht mit zusammengebissenen Zähnen, sondern in seiner Freude, um diesen Schatz zu erlangen. Und das hat mich so getroffen, so gepackt, dieses Evangelium, dieses Gleichnis. Und ja, mir war klar, dieser Schatz ist für mich Jesus Christus. Und für diesen Schatz bin ich bereit, alles andere, was es gibt, was ich mir heute durchaus vorstellen kann, dran zu geben.